Ich bin nur ein einfacher Mensch. Ich weiß nicht, welche Worte man im Gegenwart der Großen gebraucht. Ich will das Land kaufen. Vom großen Hause der Huangs. Die Ernte war reicher gewesen als seit vielen Jahren. Und die drei kleinen Schuben waren überfordert. Schämst du dich nicht? Hast du keine Moral? Kein Respekt vor der älteren Generation? Oh. Ein Monat verging nach dem anderen. Noch immer fiel kein Regen. Wenn ich etwas zu verkaufen hätte, dann würde ich es verkaufen. Ich würde zu meinen Vätern zurückgehen. Wie werde ich meinen Hunger stellen? Untertitelung des ZDF, 2020